. Herzlich willkommen! Wir begrüßen Sie live aus Berlin zum Sendestart von ProSiebenMax. Ihr seht es, hier ist richtig was los. Und wir haben auch schon jede Menge Stars entdeckt auf dem roten Teppich. Ja, da können wir zum Beispiel sehen unser Germany's Next Topmodel, oder auch Crossing Line Star Tom Blaschier und Moderatorin Johanna Klum. Sie alle wollen auf keinen Fall, und viele andere, und ihr auch, das ist auch gut so, den Start von ProSiebenMax verpassen. Ganz spannend ist, ProSiebenMax geht als erster deutscher Fernsehsender live on air. Und das nicht nur auf einem Sender, sondern auf sechs Sendern. Das wollen wir gebührend feiern und laden Sie ganz herzlich ein, mit uns gemeinsam um 20.15 Uhr die Live-Preview von Captain America mit anzuschauen auf ProSiebenMax. Wir haben natürlich auch einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast dabei. Der wird von unserem besten Mann Jan Stecker abgeholt. Und apropos Jan Stecker, sag mal, wo ist der eigentlich? Der müsste doch schon da sein. Es geht gleich los mit ProSiebenMax. Kann dir mal irgendjemand anrufen? Hallo? Ja, ja, ich hab ihn gefunden. Nee, ich darf leider nicht fahren. Der Käpt'n will selbst fahren. Auf jeden Fall sind wir schnell genug. ... ... Sag mal, spinnst du oder was?! Hast du den gesehen? Der ist schneller, als du beim Shoppen. Rock, die kenn ich. Das war Ahnemarie, glaub ich. Oh Gott. Na gut, ist ja dein Führerschein. Langsam Zeit, Alter. Geh mal Gas. Geh mal rechts, Mann! Du musst mal raus! Verrückter Kerl! Hey! Ich hör sie, ich hör sie, wo sind sie? Oh mein Gott! Ihr seid ja wahnsinnig! Was ist das? Kann ich dir mal sagen? Chero. So, ist schado aus? Vielen Dank.